jetzt würde ich doch wirklich ganz gern mal bitte wissen was phase ist hier das ding 2011 habe ich das erste mal 2010 im november das erste mal gefilmt danach wurde ich mit jupiter venus sirius und sonst was abgespeist und eine abhandlung italienischen doktors über die flagger erscheinung durch die atmosphäre wenn man sterne beobachtet ja dann ist es wieder und wieder aufgetaucht und jetzt ist es wieder da was ist denn das so jetzt haben extra rausgegangen da oben flackert er ich weiß nicht ob ihr seht also hier ist jetzt der mund hier drüben ist der orion und links unten drunter der stern der momentan sein soll so jetzt gehen wir noch mal ran es gerade raucht davor schau her dann kam auch gerade so oben aus meiner wohnung bisschen schöner aus ne gut kann man das auch hier lassen alles klar so wir haben es noch mal überprüft hier rechts oberhalb ist der orion aber links unter dem orion ist der stern der momentan sein soll und was denn das für ein ding ok boah krass also heute machst du sagst ich mal richtig leute mein zoom ist jetzt ganz herangefahren ich bin jetzt hin und her normalerweise müsste der nachjustieren macht er aber nicht krasse sache hoch hoch ja ist das jetzt gut oder schlecht halt wo bist du hier bist du was ist denn das für ein ding krass das dreht sich auf alle fälle ne krass und 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 Ja gut, also 2010 habe ich es das erste Mal gesehen, dann war es, ich glaube, beim 230 Volt bei Tini, das war 2012 und jetzt wieder. Krass Sache, ich zoome wieder weg, nicht dass er euch wundert, so sieht es praktisch komplett aus, das ist jetzt die Richtung, Richtung Süd muss das hier sein, doch jetzt geht es wieder, jetzt macht er wieder fort, kann ich noch weiter ran, ne, okay, also Leute, wenn ihr das auch mit eurer Kamera und irgendeinem Stern hinbekommt, dann macht das bitte mal und schickt mir mal bitte das Video dazu. So, ansonsten sagen wir jetzt erstmal, bis später. insert